Ah, die scheiß Kinokamera, ne? Ja. Ja, ich komm da jetzt nicht mehr richtig hoch. Ne? Boah, das war knapp. Ey, ich hing eben voll am Zaun fest. Alter. Ich bin nervt. Oh fuck. Ich bin gegen dieses Häuschen da geknallt und dann steck dich zwischen Haus und Zaun fest. Ja. Da wäre ich fast noch rangekommen nochmal, ey. Wo du fest hängst. Guck mal mit dem Akku zu. Tu das besser nicht. Doch, tu ich jetzt gleich. Ich hab's halt geschafft. Du hast die ganze Zeit. Kann man nix machen. Pech. Zum Glück spielt sie Siege nicht so wie du hier fährst. Ach ja, ach hätte ich warten sollen. Nö, warum? Ja, 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 ja. Ich schaff das. Ja, ich schaff das immer ins Ziel leider. Qua, 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 qua. Man verdient man immer viel bei Rennen, ey. Krank. Da können sie auch mal hochschrauben, ey. Für mich ist es ein bisschen. Ja, ja, aber hin. Oh, ist ein richtiger Gangster hier, der Torben. Oh, mein Gangster, ey. Direkt vom Kiez. Yeah. Hat der eine echt die ganze Zeit die Rennen nicht beendet? Hat der immer nur Punkte gekriegt? What the fuck? Das ist ärgerlich. Harter Tobak. Hm. Der zieht aber eiskalt durch. Ja, das ist... Respekt. Epic Warride Stunt 7. Okay. Bei Nacht. 0,9 Kilometer. War das schlimm? Ist es nicht das? Das ist nicht so laut. Mit dem Wasser? Nee, nee, das hatten wir schon als zweites. Hatten wir es schon? Okay. Ja, das hat es so aus geil. Ich mach mal drei Runden hier, weil es sind nur ein Kilometer noch. Ah, das ist eine U-Bahn. Ach, das. Das war cool. Ach, der Scheiß. Wo ich gestern auch so gefühlt habe. Der Scheiß, das war geil. Ja, auf jeden Fall. Werd ich da jetzt mal Spaß drin haben, oder was? Du hättest Kontakt anmachen müssen, ohne Scheiß. Oh, da stapeln sich die Autos rein. Also ich werd jetzt mal Spaß drin haben, ja? Nee, ich find das echt cool. Ich find das echt cool. Geile Idee, auf jeden Fall. Ich bleib natürlich direkt an der blöden Treppe. Oh, ich kann mich nicht umdrehen. Oh, ich kann mich nicht umdrehen. Ah, dreh nicht, dreh nicht, dreh nicht. Alle, fast alle haben sie umgedreht. Ach, wirklich. Bin ich jetzt wirklich nicht durchgekommen? Wirklich. Wirklich? Ja. Lass mich raten, ich muss links die Kante mitnehmen, ne? Links an der Wand fahren, ne? Ähm. Ja. Wie hängt dich jetzt hier bitte fest? Ah, gut. Oh, super, Alter. Ich... Ja, ich weiß, ich bin durchgekommen durch Hinder, aber immer mitten in der Mitte fest. Ich kam nicht mehr voran. Und jedes Mal, wenn ich aus einer Bahn rauskomme, häng ich irgendwie blöd an. Auch gestern bin ich immer so richtig gut rausgekommen aus den Dingen und jetzt kippe ich fast immer um hier. Also ich bin bisher immer echt nice rausgekommen. Ja. Oh, scheiße, außer jetzt. Ah, weil ich's gesagt hab. Ja. Und ich wollte grad sagen, dass es Glück ist mit denen. Ja. Oh, mein Gott. Die Kassen. Jetzt bin ich ganz gut rausgekommen. Genau, mach ne dronne sich graddrehung, du Witzer, Alter. Nein, oh, dreh dich doch nicht so rum, Wichser. Alle töten, Paul! Ja, echt. Aber sowas von. Ich mein, erstmal nicht verkackt, Alter. Ich glaube, hier Friederike, Friederike, die noch bei uns hier drin ist, da schafft ich glaube ich das erstmal ein Rennen ganz zu Ende. Ja, der war ganz gut, ne? Einmal schnell nach rausgekommen. Vollführt. Wie kann man hier drin explodieren? Das ist ja an der Wand oder? Ja, das kann man. Ich komm raus und bin. Das wird dir recht irgendwo leicht. Das ist ja gut. Ja, dreh dich doch, du Lutscher, Alter. Ah! Da wurde einer sichtbar auf einmal. Oh, da hab ich gar nicht den Vorsprung gehabt. Alter, wie viele Runden sind das pro Runde? Ne, ach, jetzt haben wir es. Sehr gut. Das mag ich. Ja, ist cool. Ist ganz lustig. Paul ist nicht so begeistert. Ja, jetzt weiß. Töten. Töten. Ne, wär ich am erst mal nicht hängen geblieben, dann wär das ja okay gewesen, aber. Ja. Komisch, wie bei GTA redet Paul immer ständig davon rote zu töten, weil Siege gar nicht. Da, wo er soll, da... Alles klar, Spargel, hau rein. Spargel. Bis später. Spargel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kaffee. Was? Gute Nacht. Tschüss. Ich hoffe, ich bin gleich. Jo. Gute Nacht. Zweite. Jetzt kommt das letzte, ne? Jetzt müsste ja... The Troll Race kommen. Ich lasse den. Nein, das ist echt lustig. Echt, das ist echt cool. Ja, wahrscheinlich cool. Wir haben uns so totgelacht gestern, außer Ragel hat sich mega aufgeregt, aber wir haben uns sonst totgelacht. War echt lustig. Steht schon Troll Race dran, ne? Okay, alles. Als ob man sich aufregt, wenn man zu Fußball spiegelt, dass sie da Fußball spielen. Wie können die da auch nur Fußball spielen? Hey, wie kann man nur Fußball spielen? Alter. Ekelhaft. Nur weil sie nicht schön wird? Punkt zu Punkt machen wir mal. Ja, Kontakt können wir anlassen, alles. Ja, können wir so lassen. So, Marco, wir halten uns zurück, ne? Ja. Ich hab noch mal versucht, irgendwas einzuladen. Ich fahre denen nur hinterher. Ich versuche auch, irgendeinen die ganze Zeit hinterher zu fahren. Mal gucken, wen es erwischt. Weil du musstest ja zeigen, im Stream. Ja, richtig. Alter! Party! Ich stehe einfach mal komplett schief, Alter. Marco, du bist da neben mir, ne? Mit dem Zentone, ja. Alter, dieser Nauer, Thomas, ey. Ich hab nicht gewusst, was Kontakten kann jetzt. Ach, witzig. Ach, witzig. Hä, wieso komm ich nicht? Okay. Uff. Da kann ich wirklich nicht drunter fahren. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja. Das ist so behindert. Äh, wie kommt man da oben? Derett, ich komm von rechts. Jo. Der ist noch ganz hinten. ich du kriegst das raus alter wirklich ach komm mal da wirklich keine 500 meter fliegen alle leck mich doch dieser nauer thomas ist so weit vorne jetzt ich will eben aber nicht hinterher fahren ich ja ist klar oder kann ja durchfahren da wäre es gegen geknallt gedanke hast du es tom ich habe immer nur auf der falschen seite als wir gestern versucht haben haben wir sogar versucht die treppen hoch zu fahren na ja sie gemerkt haben oben stehen muss ich gleich vorbeilassen ich fahre nur ich war nur du kannst ruhig in ziel fahren nachher überholen sich beide nicht ich fahr dir nur hinterher um ein bisschen zu zeigen weil ich kenn das ja ich kriege dauernd voll mega wind schatten ja wirklich die macht schweck so gemein du musst dir sehen bis jetzt ging es eigentlich nur außer dass man so ein bisschen blünfer war ich hier falsch für die nicht im weg stehen stehe ich aber macht muss ich echt nach außen rum ach warte ach ich hab's gesehen ja komm verpiss ich verschwinde es ist gestern schon ragel ausgerastet ja hier ist er richtig ausgerastet an der stelle das geht nicht das kann es nicht sein kann man hier nicht lang bei mir geht das nicht wir sind auch durch gekommen kann mir nicht weiter aber alles gut alles gut gönnt ihr wer ist ein erster ach ich ach der typ eigentlich nicht aber ich gebe gar nicht so viel gas jetzt schubst er mich weg das hat mich weggeschubst aber ich glaube ich kann jetzt noch zu paul wieder hinkommen paul wird gerade je wieder ein bisschen brauchen die dinger sind irgendwie nervig verschwinde doch du also ich habe weggecrashed aber ich könnte mir nicht so sagen wo lang nein ach ne wirklich herger wird der anderer infört der monster sehr ich hätte wirklich komplett aus im alt wirklich und wahrscheinlich muss du das das war eigentlich relativ hey komm sag doch jetzt mal wo lang ich bleibe bei paul finde ich gerade lustig oh ja das wird noch lustiger so ein dreck ist das schlimm es gab die schwarze der ist nicht so geil der soll gucken und dann weiter fahren die schwarze die schwarze die schwarze die schwarze die schwarze die schwarze der schwarze